Herzlich Willkommen zu den One Piece News. Mangaka und Schöpfer von One Piece Aichiro Oda kündigte über Twitter eine Live-Action Serie zu seinem Mangameisterwerk an. Diese Serie wird in Zusammenarbeit mit den Tomorrow Studios produziert, welche für die ebenfalls auf Netflix angesiedelte Live-Action Serie zu Cowboy Bebop verantwortlich sind. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aber noch keine Informationen, wann die Serie tatsächlich auf Netflix starten soll. Über seinen Twitter-Account sagt Oda genau. Ich weiß, dass ich bereits 2017 die Produktion dieses Werkes angekündigt habe, aber diese Dinge brauchen Zeit. Die Vorbereitungen gehen hinter den Kulissen langsam voran und es scheint, dass ich endlich die große Ankündigung machen kann. Netflix, der weltweit führende Streaming-Unterhaltungsdienst, wird uns bei der Produktion enorm unterstützen. Das ist so ermutigend. Wie weit wird die Geschichte in den 10 Episoden der ersten Staffel voranschreiten? Wer wird die Besetzung sein? Bitte haben sie noch etwas Geduld und bleiben sie dran. Des Weiteren wurde bereits angekündigt, dass eine zweite Staffel möglich ist, je nachdem wie die erste Staffel bei der Community ankommt. Oder sagt des Weiteren, dass die Schauspieler schon feststehen, jedoch gibt es bisher noch keine offiziellen Informationen über den Cast. Das Skript zur Live-Action-Serie schreibt niemand anderes als Matt Owens, den viele vielleicht als Produzent von Serien wie The Agents of SHIELD, Luke Cage oder Die Defenders kennen. Zudem wird er auch als ausführende Produzent einer Serie beteiligt sein. Er selbst sagte in einem Statement, One Piece ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Es ist eine große Ehre, das Vertrauen von Oda-Sensei, Shueisha und allen von den Tomorrow Studios zu haben, die mich für diese wichtige Rolle ausgewählt haben, um dieses großartige und herzzerreißende Abenteuer als Live-Action umzusetzen. Ich möchte meine Leidenschaft zeigen und eine spannende Geschichte schreiben, die langjährige Fans zufrieden stellt und neue Fans anzieht. Zudem wird auch an seiner Seite sein Marty Adelstein, den man kennen kann aus Serien wie zum Beispiel Prison Break oder Teen Wolf. Auch er ließ ein Statement zu seiner Zusammenarbeit mit Matt Owens verlauten. Als ich die Präsentation von Matt über seine Vision für die Serie zum ersten Mal sah, dachte ich, er sei die perfekte Person um dieses Projekt zu übernehmen. Das beeindruckendste und wichtigste für mich ist, dass er ein echter Fan von One Piece ist. Ich freue mich darüber, dass ich mit Matt zusammenarbeiten kann, der ein überwältigendes Talent als Drehbuchautor hat. Des Weiteren ist noch dabei Becky Clements bekannt aus der Hannah Serie und Steven Maeda, der verantwortlich war für die Erfolgsserie Lost. Fans sehen die Live-Adaption ihres geliebten Mangas bisher eher skeptisch. Kann man ihn aber auch nicht verübeln, da die Anzahl der schlechten Realverfilmungen von Animes doch recht groß ist. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was sie daraus machen werden und in wie weit die Story in 10 Folgen vorangeschritten wird. Schreibt mir doch eure Meinung zu One Piece Live-Action Serie einfach mal unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt auf einmal auf den Like-Button sowie einmal auf den Abo-Button, um auch in Zukunft keine One Piece News mehr verpassen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein, bis zum nächsten Mal bei den One Piece News. Enschließt 油 milk bla mit